Let's go, was geht meine Freunde. Willkommen zu einem Adventskalender-Video. Feier macht zwar mit, aber es zählt nicht, weil er gehört nicht dazu. Ich mach nie wieder mit, das ist das letzte Mal. Hallo, es gehört, es zählt nicht, das ist nur als Easter Egg. Und ich bring grad Remco, CISCO Boy. Hab ich wieder Predicted, Kinder Country, das war ja klar. Es macht keinen Spaß mehr, dieses Format. Ich bring Remco ab, CISCO Boy. Hey, was sagst du denn, Remco besser ist als du? Du gehst so mit Volkan oder so zu dem Turnier in Köln und dann sitzt Remco da. Wieso mit Volkan? Und dann kommt er zu dir, haaa, Nunu. Durchgeknallt. Ach so, Leute, nächste Woche ist schon Weihnachten? Fortier ist schon mal drauf. Sinnlos. Weihnachten werde ich mich umbringen. Hehehe, das ist so sinnlos. Da gibt's den Köpfen Nikolaus. Oh, das kann man wegschmeißen, du. Am Co, gestern von meinem Nikolaus, ne? Ich hab den den Kopf zerdrückt. Ich wollte das gar nicht. Warum bist du denn von Weihnachten? Was bist du eigentlich für ein Loser? Hehehe, Loser. Jeder weiß doch, wenn man Nikolaus hat, dann ist man ihn am 25. und nimmt es auf. Hey, Feier. Lass mal Remco mobben, weil er keine Skins hat. Hehehe, der hat keine Skins. Guckt euch den Typ auf dem Profilbild an, selbst der Typ hat Skins. Seht ihr das? Warum machst du Käm aus, du fette Schwein, Alter? Darum, ich bin fertig, also. Hehehe, ich bin fertig und ich auch so holz Kopf, Alter. Ja, also, dann kannst du auch Käm ausmachen. Niemand will deine Hackfresse sehen. Aber es ist doch klar, wenn man Nikolaus hat, dass man ihn köpft und das auf YouTube hochlädt. Und das nennt man halt durch deinen Blödsinn-Vlog, ist doch klar. YouTube ist scheiße, Alter. Wenn man dann natürlich geköpft, das ist doch cool, Nikolaus-Vlog-Blödsinn-Vlog. Ist doch klar. Ist doch klar. Genau, von Ungl. Vor allem. Ich will die Welt abwehren. Junge, Feier, mach jetzt deine Kärmer und guck mal auf so einen Fettsack, Alter. Es gibt doch einen Web-Break zu Goldfit-Apfel.